Oh oh, oh 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 So yo, was geht ab, Blacktime Start und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute mal wieder ein kleines Special Video. Nämlich heute gibt es 25 Fakten über Blacktime, über mich heute 25 Fakten. Aber bevor ich jetzt zum ersten Fakt komme, seht ihr auf jeden Fall noch was im Gameplay. Und zwar seht ihr im Hintergrund zwei coole D-Nails auf jeden Fall. Er spielt zweimal mit der A-S-Mainz, nee einmal mit der A-S-Mainz und einmal mit der HBR 3. Zwei coole D-Nails bei der A-S-Mainz waren oh nochmal krasse Feeds am Start. Also gönnt euch auf jeden Fall die Gameplays und dann würde ich mal sagen, kommen wir direkt zum ersten Fakt, Jungs. So, und kommen wir auch zum ersten Fakt für heute. Und zwar habe ich am 5.2. mit Ronaldo, mit Neymar und Rusak und ganz vielen anderen auf jeden Fall Geburtstag. Also an alle, die an meinem Geburtstag auf jeden Fall Geburtstag haben, grüßt an euch. Zweiter Fakt, vor zwei Monaten habe ich meine eigene Wohnung bekommen. Dritter Fakt, seit letztem Jahr September habe ich meine Ausbildung zum Physiotherapeuten auf jeden Fall begonnen. So, kommen wir zum vierten Fakt. Fakt, seitdem ich die Ausbildung habe, habe ich kaum noch Zeit zu spielen, besonders jetzt im Moment habe ich kaum noch Zeit YouTube und zu zocken, was einfach oh nochmal schade ist. Fünfter Fakt, das ist ungefähr derselbe Fakt und zwar deshalb spiele ich maximal in der Woche zwei bis drei Stunden, was sehr sehr wenig ist auf jeden Fall. Sechster Fakt, dazu müssen wir in den Kindergarten reisen und zwar war ich damals so ein kleiner Dieb, sag ich mal. Zwar nur so kleine Sachen, aber damals hatten wir so ein richtig geiles Spiel, wo man so kleine Steine immer hin und her setzen musste. Und die waren so geil, die sahen so krass aus, die waren so am Glänzen, immer andere Farben und sowas. Und da habe ich ab und zu mal so einen ganz klitzekleinen Stein mitgenommen, was ich natürlich jetzt nicht mehr machen würde. Siebter Fakt, meine Lieblingsfarbe ist Orange, was ihr wahrscheinlich auch an dem Facecam-Rahmen in letzter Zeit merkt. Achter Fakt, ich spiele seit zehn Jahren Fußball. Neunter Fakt, seitdem ich YouTube mache und ein bisschen mit Facecam arbeite, werde ich ab und zu in Fußballspielen erkannt. Zehnter Fakt, mein Urlaubstraumzielort oder wie man das auch sagt, ist auf jeden Fall die Karibik oder ich will auf jeden Fall mal auf die Malediven fliegen. Eins von beiden will ich in meinem ganzen Leben auf jeden Fall einmal gemacht haben. Elfter Fakt, ich liebe es Serien zu gucken. Zwölfter Fakt, meine Lieblingsserien sind The Walking Dead, Prison Break, Lost Dexter und Arrow Young. Dreizehnter Fakt, ich habe das iPhone 6. Vierzehnter Fakt, in meinem ersten Winterurlaub, da war ich vielleicht acht, neun Jahre alt oder so, da bin ich einfach mal mit dem Schlitten den Berg natürlich runtergerutscht und da war eine Rampe. Ich bin über die Rampe gefahren, habe da einen Überschlag gemacht und mich so unnormal aufs Maul gelegt, das glaubt ihr gar nicht. So, kommen wir zum 15. Fakt, ich bin mal früher vom Stuhl gefallen und habe mir einen von diesen beiden schönen Stinkefängern gebrochen, ich weiß aber nicht mehr welchen. Ich war mal mit der Niedersachsen-Auswahl im Fußball, war ich mal in Polen und habe gegen Mannschaften wie AC Mailand, Inter Mailand und Real Madrid gespielt. Siebzehnter Fakt, wir bleiben in der Fußballszene und zwar hatte ich mit zwölf Jahren mal Fußballtraining bzw. ein Probetraining bei VfL Wolfsburg und da konnte ich zur nächsten Saison hinwechseln, bin aber nicht gewechselt, weil ich einfach mich zu jung fand in ein Internat zu gehen. Achtzehnter Fakt, im Rentneralter will ich mir auf jeden Fall mal einen Husky zulegen. Neunzehnter Fakt, ich bin immer gut gelaunt. Zwanzigster Fakt, meine Lieblingspizza ist die fucking Pizza Hawaii, Jungs, ohne Scheiß, wenn ich mir eine Pizza hole, dann immer die Pizza Hawaii, so nice die Pizza, ohne Scheiß, probiert die auf jeden Fall mal aus. Einzwanzigster Fakt, mit zehn Jahren hatte ich meinen Autounfall, meinen ersten Autounfall, ich bin mit meinem Fahrrad einfach da ein bisschen angefahren und die Autofahrerin hatte keine Vorfahrt, hat mich oh nochmal weggecheckt und dann habe ich das ganze Blut gesehen und habe mein Bewusstsein verloren. Mega die Drecksaktion von der, ohne Scheiß. Zweiundzwanzigster Fakt, ich war noch nie bei KFC oder bei Burger King. So kommen wir zum 23. Fakt und zu dem drittletzten Fakt für heute und zwar meine Triple Nuclear Life, die ich nach fucking 12 Fails endlich erreicht habe, habe ich am 13.04.2014 hochgeladen. Also falls ihr noch nicht kennt, checkt ihr auf jeden Fall ab, es ist wirklich mein Absor, Absor mal, Absor mal, genau das gibt es auf jeden Fall das Wort. Mein ab, nochmal, bestes Video auf meinem Kanal, also checkt es auf jeden Fall mal ab. So kommen wir zum 24. Fakt und zum vorletzten Fakt für heute und zwar lautet der, mein YouTube Traum sind die 100.000 Abonnenten, dass wir dieses Jahr noch die 100k erreichen, das wäre so nice von euch. Wenn ihr mich unterstützen wollt, auf jeden Fall immer schön einen Daumen nach oben geben, das unterstützt mich einfach auf dem Weg ab, nochmal Jungs. So und kommen wir zum letzten Fakt für heute, zum 25. Fakt und zwar lautet der, ich überlasse euch den Fakt. Falls ihr noch irgendwelche Fakten über mich kennt, schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare, wäre auf jeden Fall richtig nice, wenn jeder von euch, der ein Google Plus Granto hat und nicht zu faul ist, einfach mal einen Kommentar schreibt über einen Fakt, den ihr über mich kennt, den ich nicht gesagt habe. Schreibt es auf jeden Fall mal rein und ja, das war es auf jeden Fall von dem Video. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen, Jungs. Ohne Scheiß würde ich mich richtig drüber freuen, das Video hat echt sehr viel Zeit gekostet und es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, so ein paar Fakten auf jeden Fall rauszusuchen. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben, da würde ich mich richtig drüber freuen und das war es von mir. Und habt noch einen schönen Tag und haut rein, Jungs. Scheiß Blacktime, also Missgeburt. Ohne Scheiße. Das ist gar nicht so einfach, Junge. 100 Stücke. So, komm.